Willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns die besten VPN-Anbieter für 2024 genauer ansehen. Wenn ihr nach einem sicheren, schnellen und zuverlässigen VPN sucht, seid ihr hier genau richtig. Mit mir heute dabei ist Daniel, ein Experte in Sachen IT-Sicherheit. Hi Daniel. Ja, VPNs werden immer gefragter und bei der großen Auswahl kann es schwierig sein, den passenden Anbieter zu finden. Heute sehen wir uns sieben der größten Anbieter an. NordVPN, Surfshark, CyberGhost, ExpressVPN, ProtonVPN, AtlasVPN und MulvattVPN. Das kommen wir doch gleich mit einem der wichtigsten Kriterien an. Der Serveranzahl und der Standortauswahl. Die Serveranzahl und die Standorte sind deshalb wichtig, weil eine größere Auswahl oft bedeutet, dass die Verbindung stabiler und schneller ist. Zum Beispiel hat CyberGhost mit über 10.000 Servern eine riesige Auswahl. Surfshark und ExpressVPN bieten über 100 Länder an, was ideal für Menschen ist, die auf Inhalte aus bestimmten Regionen zugreifen wollen. Und wie sieht es mit den Protokollen aus? Einige Anbieter nutzen ja verschiedene Protokolle, oder? Ja, das stimmt. Protokolle beeinflussen die Sicherheit und Geschwindigkeit. OpenVPN wird fast von allen Anbietern verwendet und gilt als besonders sicher. Das neue WireGuard-Protokoll, das schlanker und schneller ist, wird auch immer beliebter, außer bei NordVPN und ExpressVPN, die ihre eigenen Protokolle entwickelt haben. NordLynx und Lightway. Beides ist auf Geschwindigkeit optimiert. Was ist mit der IP-Adressenfunktion? Ich habe gehört, dass manche Anbieter dezidierte IP-Adressen anbieten. Genau, das ist hilfreich, wenn du für bestimmte Seiten immer dieselbe IP-Adresse brauchst, um erneute Verifizierungen zu vermeiden. NordVPN, Surfshark, CyberGhost und ProtonVPN bieten diese Funktion an, wobei sie bei ProtonVPN nur für Business-Kunden verfügbar ist. Lass uns über die unterstützten Geräte sprechen. Kann man VPNs auf allen Geräten nutzen? Was? Ja. Alle Anbieter bieten Apps für Windows, Mac, Linux, Android und iOS. Nur MULWAT VPN hat bisher keine Browser-Erweiterung für Chrome, was einige Nutzer einschränken könnte. Die meisten Anbieter kannst du auch auf Routern installieren, sodass die ganze Verbindung im Heimnetzwerk über das VPN läuft. Jetzt zu einem spannenden Punkt. Zusatzfunktionen. Haben alle Anbieter hier etwas Besonderes zu bieten? Ja, fast alle bieten Tracker und Werbeblocker an, was vor allem in sozialen Netzwerken praktisch ist. NordVPN und CyberGhost bieten außerdem einen Dark-Web-Monitor, der prüft, ob deine Daten irgendwo im Internet auftauchen. ExpressVPN bietet auch einen Passwortmanager, der im Abo enthalten ist, während ProtonVPN und NordVPN dafür extra kosten. Die bieten ja echt viele zusätzliche Tools. Kommen wir zur Preisgestaltung. Was kostet das Spaß? Das hängt davon ab, ob man ein Monats- oder Jahresabo abschließt. MULWAT VPN bleibt bei 5 Euro pro Monat, egal wie lang die Laufzeit ist. Surfshark und Atlas VPN haben die günstigsten Abos im Jahresplan mit unter 4 Euro pro Monat. ProtonVPN und ExpressVPN sind am teuersten. Wenn man jedoch länger abschließt, sinkt der monatliche Preis bei fast allen. Ist etwas für Datenschutzfans dabei? Ja, bei MULWAT VPN kannst du sogar bar bezahlen, indem du Geld an ihre Adresse schickst. Das ist einzigartig. Ansonsten kann man bei allen Anbietern mit Kreditkarte, PayPal oder Krypto bezahlen. Welchen Anbieter würdest du denn persönlich empfehlen? Für die meisten Nutzer ist NordVPN ideal, da es viele Funktionen für einen guten Preis bietet. Surfshark und CyberGhost sind super für alle, die viele Geräte und Standorte brauchen. Und wer lieber keine langen Abos möchte, für den ist MULWAT VPN gut geeignet. Danke Daniel. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, den richtigen VPN-Anbieter zu finden. Welcher ist euer Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.